Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. So, wir sind frisch angekommen auf dem, äh, nicht Kontinent, sondern auf dem Titanen-Genbu. Und sind jetzt auf dem Weg nach Tantai. Jihau. Oh, ich sehe gerade mein Mikrofon hier. So, mal gucken. So, kriegen wir das irgendwie hin, ohne dass es, äh, schwerlich. So, ne, weil ich will ehrlich jetzt nicht unbedingt, dass hier der Mikrofonarm noch ins Kamerabild reinragt. Das tut ja nicht schon, nicht schnott. Äh, oh, ich wollte gerade noch die Klinge wechseln. Nia, ein bisschen... Ich bin sehr schwer. Äh, ich bin gut. Also, ich bin nicht gelungen, weil ich mich auf dem Hübron hierherstelle, sobald ich mich, wenn ich mich auf dem Hübron hierherstelle, sobald ich mich auf dem Hübron hierherstelle. Das ist ein Schuss, oder? Ich bin sehr, was ich. Ich bin nicht auf dem Hübron, aber... Oh, meine Frau. Herr Herr, wenn ich mich auf der Seite habe, dann ist es gut, wenn ich mich auf der Seite habe. Ich habe auch einen Schmerz, aber... Oh nein! Der Kopf ist bei der Kugelmüse und der Kugelmüse ist sehr schwer, und so ist es. So... Soll ich... Ich glaube, dass die Licht der E-Tel-Line der E-Tel-Line ist. Was ist die E-Tel-Line? Das ist das, was die Licht der Licht der Arthus. Die Licht der E-Tel-Line ist die Licht der E-Tel-Line. Das ist das Licht der Arthus. Die Licht der E-Tel-Line ist die Line der E-Tel, was deshalb stehts. Das ist schwer, dass die Licht des E-Tel nicht auf den Gegrüßビ caution wird. Die Lichts sind als Weight��ätze enthalten. So nennt man eingestellt. Als LEDs so Contele ancemos... Okay. Okay. Und weiter geht's. So, ist hier vielleicht auch irgendwo sowas wie ein Sammelpunkt? Nö, ne? Also, siehst du, ich wollte die Klinge wechseln. Hallo, Pyrrha. Komm, aus. So, ist gut. Fabelstein. Und hier, die Hasidster, die greifen mich doch an. Zumindest der mit dem Dingens, mit dem Knüppel am Bommelschwanz. Ähm, was bist du denn für ein Vieh? Da ist ein Sammelpunkt. Und das Vieh greift mich nicht an. Ich bin begeistert. Jihau. Okay. Ah, okay. Da müssen wir wohl hin. Äh, Moment. Muss ich hier hoch oder da lang? Äh. Da oben ist ein Harmoniegespräch. Nee. Gar nicht da oben. Hier, hier dann weiter. Äh. Ah, okay. Lasst mich raten, ihr greift mich an. Nicht? Oh. Sehr schön. Ach, scheiße. Also doch, haben die gepennt oder was? Ah. Sehr gut. Dann gucken wir uns mal kurz um die Samurwölfe. Ah, das sparen wir uns mal für die anderen. Ja, tagge. Ja, wieder wieder mitzleuchten. Und was Pira? Nice. Äh, dann Türen, Niem, aha. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Tugend gestiegen. Moment, da irgendwo ist das Gespräch. Da. Bei dem Sammelpunkt. Erstmal nehmen wir den Sammelpunkt. Pippakamele und Indigo-Käfer. Okay. So, und was haben wir hier bitte? Okay, mit Sprachausgabe, dann mach ich mich mal weg. Seja, ne. Uchino toko nooji no unno warsa war honma shalei naranjo. Alusto unno warsa ranking da attara machigai nackt stopp tol tomo moe de. Toschka ni. So, das ist das, was ich noch nicht verletzt. So, was ich noch nicht verletzt? Was ist das, was ich? Ich habe auch schon seitdem, dass du hier im Leben bist. Es ist wirklich so schwer, oder? Nein, es ist wirklich so schwer. Was ist das? Was ist das? Aber es ist das, was ich nicht so gut, und ich bin ein König. Ähm, so. Ähm, ich glaube, ich versuch mal das erste. So why are you talking about the wrongs and the wrongs? So, I see. I see, I see, I see. So, that's the one that I like? Oh, that's right. Who is the twit?! That's what I like! I don't like that. I don't like that. Ich habe keine Angst, dass ich mich nicht so schreien. Ich werde dich mit Blades beitragen, dass ich mich nicht so schreien. Ja, das ist nicht so schrecklich. Ich werde es nur ein Geheimnis für uns. Was hast du gesagt? Das ist doch so. Ich habe mich nicht so schreien. Okay, soviel dazu. Äh, dann wollen wir noch mal buddeln. Hüpp. Äh, hier lang, ne? Ja, doch. Das sieht wohl aus wie der richtige Weg. Ah, halt Sammelpunkt. Hm, zweimal Bonus, nice. Hallo, komm raus da. Bäh, 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 so. Und da vorne habe ich auch noch was glitzern sehen. Das nehmen wir auch noch mal kurz mit. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Ich weiß gar nicht, ist das schon Tantal oder ist Tantal wieder was anderes oder eine andere Stadt? Ich werde es wohl gleich herausfinden, ne? Oder beziehungsweise wir werden es herausfinden. Upsala. Hallo, Freunde. Weg zur Königsstadt. Ich bin da. Und ich bring euren Prinzen mit. Bestimmt seid ihr darüber froh. Oh, ich bin da. Oh. Das ist eine Art von der Weltkrieg der Weltkrieg. Nur mal sehen Sie. Die Großbritannien, die Ereinheit der Weltkrieg und der Weltkrieg der Weltkrieg war. Die Weltkrieg der Weltkrieg und der Weltkrieg der Weltkrieg der Weltkrieg. Das ist der Vierer. Der Geist ist der Lugtslager. Um zu einem Menschen, wird die Wissenschaft und das Verlust gerade nicht angekündigt werden. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Piacock, ich sage das gut. Mh, hm, okay. So. Dann gehen wir noch mal kurz die 100 Meter weiter, um die nächste Zwischensequenz zu sehen. So, Hallöchen. Aufgegnet es, wer bist du denn? Mh, es sind Fremde hier. Ich muss sofort los, um es allen zu erzählen. Ja, mach das. Von woher stammt ihr? Und wie geht es in den anderen Ländern zu? Was ist dort zur Zeit so in Mode? Entschuldigt bitte mein überschwängliches Gebaren, aber hier waren ewig keine Fremden mehr. Ich war schon mal davon ausgegangen, überhaupt keine mehr zu Gesicht zu bekommen, bis ich den Löffel abgebe. Ja, wenn ihr die ganze Zeit unter Wasser, beziehungsweise unter Wolken seid, selber schuld. Äh, ah, okay, weiter jetzt. Ich versuch's. I feel the power of faith Our native life Heee... Es ist ein sehr guter Ort. Es ist ein Yami市. Yami市? Es ist ein Ruckstuhl. Es ist ein Ruckstuhl. Es ist ein Ruckstuhl. Es ist ein Ruckstuhl. Es ist ein Ruckstuhl Ich habe alle die Leute verabschieden. Das ist wirklich. Ich habe keine Menschen. Ich habe das Gefühl, dass die anderen Kostadenscheinchen auf die Kostadenscheinchen verabschiedet werden. Wenn ich mich nicht so fühle, dann würde ich es nicht so sagen. Ich habe auch nicht gesehen. Das ist, dass viele Menschen die Menschen in der Arbeit leben, die Menschen in der Welt leben. Ja, das stimmt. Wenn es nur die Geschichte der alten Geschichte gibt, ist es nicht möglich. Wenn es die Geschichte der alten Geschichte gibt, dann hört man es gut, aber... Es gibt nur einen riesigen Schwerpunkt, es gibt auch einen Schwerpunkt. Hm, okay. Das klingt jetzt ja nicht so doll, ne? Äh, ah, hier ist erstmal eine Nebenquest. Kanadea. Einen schönen guten Tag auch. Dolnagas. Ich stehe kurz vor einem medizinischen Durchbruch. Da lasse ich mir von denen doch nicht dazwischen funken. Äh, falls ihr es nicht bemerkt habt, ich bin ziemlich beschäftigt und habe keine Zeit. Mich, Sekunde mal. Es befindet sich nicht rein zufällig ein Meister unter euch. Äh, eins, zwei, drei, vier, sind wir zu fünf? Ich glaube zu fünf, ne? Ja. Wieso habt ihr das nicht gleich gesagt? Weil du nicht gefragt hast. Ich habe vielleicht genau den richtigen Job für euch. Es wäre nur ein einfacher Botengang und eine dicke Belohnung gäbe es obendrein. Mhm. So, etwas mehr ins Detail. Ich forsche zur Zeit in einer bestimmten Arznei. Streng geheim, bla bla bla. Falls mir die Herstellung dieses Dranks gelingt, werde ich damit den Leuten in ganz Allrest helfen können. Und auch jetzt, kurz vor Beendigung meiner Forschung, scheint mir das Schicksal ein paar Steine in den Weg zu legen. Eine Gruppe Idolnagas hat sich dort bereit gemacht, wo eine der Hauptzutaten für den Trank wächst. Nein. Deshalb dachte ich mir, ihr könntet für mich den Ort von diesen Biestern säubern. Klingt recht simpel, oder? Mhm. Das ist immer für eine gute Sache. Okay, alles klar. Hm, ich habe nichts gesagt. Zurück zu diesen lästigen bla bla bla. Sie halten sich irgendwo bei den Kristallfeldern von Argan auf. Mhm. Ob ich dem trauen sollte? Ach. Ich bin mir nicht sicher. Äh, nein. So, was ist das denn hier? Aufwind. Ähm. Ja. Belastend. Talente unzureichend. Verdammt. So, Fischgeschäft. Tauschfieber Bergung. Äh. Wo muss ich denn lang? Das hier ist die berühmte Philosophia Bibliothek. Äh, die Zoo. Äh. Wo muss ich denn hin? Hier hoch. Moment. Zeit. Oh, nein. Äh. Hm. Mann. Zack. Auf jeden Fall eine Runde. Aua. Äh, Moment. Hier lang. Ah. Hier geht's lang. Ah, das ist die Oskade, ja. Mmh. Hm. Oh, machiしておりました, denka. Oh,久しぶりやな. Oやじわ, nakaか. Hai. Denka no kikoku o kokoro machini shite oi desu. Ah, ho. Oh, na guta alu ka. Moshi honma yattar, chenchi ga hickkrika yattorwa. Kizu gai wa mu yo ya de. Sosie. Kizu di Sosie. Kizu gai, kizu gai. Kizu gai. Kizu gai. Kizu gai. Oh, das ist key. Kizu gai. Montag. Kizu gai. No. Kizu gai. Kizu gai. Kizu na. Oh, Tora! Oh, Tora! Tora! Eh? Warum? Ich habe hier noch eine Äthel-Energie, aber... Sorry, ich werde die gleich einfach zu stellen. Ich verstehe, Tora! So, was ist denn Morag jetzt schon wieder aufgefallen, bitte? Dies ist Theosgalia, der königliche Palast von Theosua. Theosoia, wie auch immer. Hört gut zu, Fremde. Tantal ist ein ruhiger Ort. Wir werden nicht zulassen, dass ihr den Frieden hier stört. Wann nicht? Wenn ihr euch nicht an unsere Regeln haltet, werdet ihr umgehend des Landes verwiesen. Merkt euch das. Okay, Chef. So, dann mal ab zur Audienz, würde ich sagen, ne? Hallöchen, eure Ruhe halt. Wer auch immer da jetzt auf uns wartet. Oh. Oh! Eh? Osoh-sama! Ma… 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 J…ちょっと! Nandaよこれ! Kame-chan! Ch…知らん! Nandja omaera! Oyaji! 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 Ich werde es nicht verletzen, wenn ich die Reichweite nicht verletzen werde. Das ist nicht so nett. Rekka, Lecks zu helfen! Ja! Ätel Energie! Ah! Frau Frau! Ich werde es nicht verletzen. Ich habe die Hälfte von Gott nicht gewusst. Ich habe meine Zielsetzen, dass es nicht nur die Welt des Hälften des Herrn. Ich glaube, dass ich nicht mehr die Welt verletzene. Das ist eine Zählisch-Pflicht, Herr Herr. Ich bin zuerst von der Spelvia-Pflicht, und habe hier im Bereich der Selbstbestimmung. Ich glaube, dass du das hierherst. Ich glaube, dass du das hierherst. Ich glaube, dass du das hierherst. Und du hast du auch, dass du das hierherst. Bak ich eigentlich scheisse sich die Lage? Er hat gar nichts gem chilled, wer Member ist? Jetzt geht's Kai nicht zu retten. Was ist das? Ich habe mich überrascht. Wenn du dich in deinem anderen Seite bist, ... 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 trenches Quar'. Aber ... ... ... ... ... Komm schon. Das ist... Das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte des Gehirns. Soll ich... Warum? Warum? Geh ja, Oya-ji! Es ist, dass die E-Tel-Energie verwendet ist. Das war's für mich. Die Strecke haben hier geklärt. Und das ist nur nur das eine Verbrechnung. Diese Werbung hat einfach das Gebäude zu tun. Die Gebäude des Helden aus dem Foto gibt es doch ein Hinweis. Sie haben wirklich einen gewissen Schrauber und einen Brot. Ich habe mich, dass ich das Schüsse in einem Teil des Geheimischen Geheimen habe. Ich denke, dass ich mich nicht so fühle. Ich denke, Yohinba hat es, weil ich mich für einen Zeitpunkt erinnere. Vielleicht kann ich mich nicht mehr verhindern. Ich denke, dass ich mich für einen Geheimen-Dateil habe. Ich denke, dass ihr alle Kraft und ihr euch auch noch nicht verlebt. Ich denke, es ist ein Schuss zu tun. Ja. Das heißt, wenn es nur ein Gehirn ist, dann ist es das, was es. Hm? Hm? Wie soll das sein, Oji? Du wütigst. Huh? Warum? Du wütigst. Was ich mit mir gesagt, dass ich nicht die Welt und der Praxis, der Wun, um Wun und die Welt. Wun, wun? Wun, wun und wun und die Wun und die Wun und die Wun. Wenn ich das Wun mit diesem Wun finde, sollte ich die Wun verleicht. Was ist das? Wun? Wenn ich ihn so sagen würde, muss ich auch noch zu sagen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Es ist einfach so. Ich werde das nicht helfen. Ich werde das nicht helfen. Wir haben so viele Sachen für die König. Ich werde es nicht so schwer. Ich werde es nicht so schwer. Ich werde es nicht so schwer. Komm schon! Soll ich sagen, ist es normal, oder? Aber jetzt kann ich es nicht benutzen. Ja, das ist für mich. Möhoho! Meine Damen und Herren haben die wichtigsten Dinge vergessen. Was ist das? Du hast es nicht geholfen. Hanna ist ein Kindes Blades, oder? Du hast nicht vergessen. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich. Ich bin zusammen mit dem Augenblick. Ach so? Eーテル? Das stimmt. Für meine Frau, hat sie sich selbst Eーテル-Energie entwickelt. Es ist egal, was ich. Melef-Krein-Krein-Krein-Krein-Krein-Krein. Ich erwarte, es gibt eine Solumne energie mit einem kleinen Kraftstoff. Von, eure Feindlichen Kamm-Kamm-Kamm ist das Treffen. Es gibt Energie zu popen und die Sobhlehr. Es wird es schnell bezogen. Wenn du dich in der Spazie mit einem Kamm-Kamm-Kamm schadernest, dann wirst du geschützt. Hold on. keine Energie im NDR. Das beginnt wird in dieser Raci. Was ist das, was du in der Welt passiert? Soll ich sagen... Melef war hier, weil er niemals ein Arz war. Was? Als ich in den Krieg kam, war es anders. Ich habe auch, dass die Arz nicht benutzt. Muffuffu... Entschuldigung. Wenn sich Hanna in der Schleidung anbietet, dann wird sie stärker verletzt werden. Das ist so. Geht's, weg. Warte! Wenn wir die Krister aus dem Krenn aus dem Krenn, dann wird der Melef ... Das wird erneut werden. Hm? Ich weiß nicht, was ich weiß? Hä? Du, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was du? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht! Ich habe keine Verlust, was ich verletzte und verletzte. Das ist nicht so, was ich. Das ist doch so. Tola, Hana, ich will. Ich will das nicht. Ich werde das nicht. Ich werde das nicht. Z-Kam-Kam! Ich bin das nicht. Desma! Ich werde das nicht so gut aus. Ich werde das nicht langsamer. Ich werde das nicht. Der hat sich doch nicht weiter. Okay. Das ist ja nun ein bisschen eskaliert. Mal gucken, ob es hier noch weiter eskaliert. So, ich nehme Morag mit rein. Ach nee, Moment. Halt. Moment. X. X war das, ne? Nee. Doch, X. Ah, X ist oben. So, genau. Morag mit rein. Genauso lassen wir das erstmal. Gut. Und dann würde ich sagen, Frau in der Sonne, ist hier erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ne? Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann lasst ein Abo auf meinem Kanal da. Bis zum nächsten Mal.